Eure kritischen und unlustigen Witze, aber wenn ich beleidigt werde, beende ich das Video. Für mich stehen Menschen in meinem Mittelpunkt. Jens zu 41, Scharfschütze. Boah, der ist schon echt gemein. Warum gehen Mäuse nicht ins Fitnessstudio? Sie haben Angst vor dem Muskelkater. Der Witz wird's noch weit schaffen. Treffen sich zwei Bomben im Keller, sagt ihr eine, lass mal hochgehen. Aus dem Keller werdet ihr nie rauskommen. Warte. Endlich habe ich die Schule abgeschlossen. Albert 44, Hausmeister. Mein Lebensziel. Treffen sich zwei Piloten. 100 Tote. Oh Gott, schnell zum nächsten. Egal wie die Noten eines Rollstuhlfahrers sind, er bleibt immer sitzen. Ganz kritisch. Was ist dumm und sieht aus wie ein Eisbär? Cordy, der war richtig mies.